Es ist dem Feind gelungen, die Front in weiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karfshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Borddorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer schickt Sie, dass Sie es wagen, Sie meinen Befehl zu widersetzen? So weit ist das einfach gelungen. Der Militär hat mit Belogen! Jeder hat mit Belogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen, nie das dreckige Treue unserer Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Das ist das Feiglinge! Verreicher, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das geschmolst des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messergabel hält! Jahrelang hat das Militärmele Aktionen nur verhindert! Es hat mich jeden nur als Fischpicken widerstellt! Ich hab's weggelegt! Es hat der Kump daran getan, um dann auch alle Lernoffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie, und doch habe ich allein auf Militärstellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es war ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird erzaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, Gerda, jetzt beruhig dich doch! Alle Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie meine Herren glauben, dass ich das mit Berlin verlasse, dürfen Sie sich gewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Dann bekommen Sie mal anger! În Tinder!